Ihr wisst nicht genau, wie weit ihr sinkt, wie tief euch der Wirbel das Auge von Effort nach unten zieht. Aber als ihr dann langsam die Orientierung wieder erlangt, der Strudel euch freigibt, und ihr trotzdem beonenschwer nach unten sinkt, könnt ihr unter euch etwas erkennen. Eine Anlage. Ein Heiligtum. Eine gewaltige, große Kuppel, ein Dom, ein Kuppeldom mit Rippenbögen, Korallen überwuchert, schillernde Farben, leuchtende Qualen, schimmernde Fische in nahezu ständiger Bewegung. Und in der Mitte des Doms befindet sich am Boden ein gewaltiges Siegel aus Perlmutt mit der Form eines Strudels. Die verstanderte Meerschnecken, weiße Perlen, leuchtender Gwenpetryl, blau-grünliche Wasserdrachenschuppen und ihr werdet nach unten gezogen, zum Haus der Letzten Wacht. Und er sei gestikuliert, aufgeregt in Richtung der Dinge, die sie da unten sieht und lässt sich mitnehmen von dem Sog. Ich nehme nicht an, dass wir die Wahl hatten. Ja, aber ich mache Schwimmbewegungen, insbesondere mit den Beinen, um noch schneller in die Richtung zu kommen. Bornjev realisiert erst, als der Sog ihn packt, was genau für eine Situation er sich da eingelassen hat. Die ganzen Entscheidungen betrunken zu treffen, ist vielleicht doch nicht optimal. Und er kämpft, versucht verzweifelt, diesen Sog anzukämpfen, um irgendwie wieder zur Oberfläche zu kommen. Aber es ist natürlich ausweglos und es ist genauso wie alle anderen in die Tiefe. Ja, wenn ihr irgendwann den Mund aufmacht, um nach Atem zu ringen, könnt ihr bemerken, wie das Wasser um eure Lungen herumströmt und ihr gar nicht erstickt, sondern sie atmen könnt, das Wasser. Und nach der kurzen Panik, das Wasser in euren Lungen zu spüren, Erleichterung. Piotr, was willst du tun? Da ich sehe, dass ein Esser jetzt vorschwimmt, würde ich sie natürlich probieren zu beschützen. Also, sie probieren zu erreichen, schwimmtechnisch. Und um was zu brummt zu blubbern, zu sprechen, aber wahrscheinlich nur Blubberlaute zu fabrizieren. Macht Nessa auch. Könnt ihr mich verstehen? Können wir sie denn verstehen? Ihr könnt sie verstehen. Die Worte klingen fern, aber ihr könnt sie verstehen und sie kann sprechen. Nessa, nicht so schnell. Du weißt nicht, was dich darunter wartet. Worauf haben wir uns hier überhaupt eingelassen? Ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch. Komm, Schabanev. Ich glaube, ich kann das Heiligtum sehen. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht woanders landen. Nicht so schnell. Naja, sie haben das Buch in den Stuhl geworfen, also folgen wir dem Stuhl. Da, wo es uns hinzieht, muss auch das Buch sein. Ja, da, da. Klingen sind nicht klar. Ja, alleine diese, alleine diese Erfahrungen würden Vanessa schon reichen, um ihre Adeptus-Major-Prüfung zu schreiben. Aber je mehr du erfährst, desto mehr Ruhm könnte dir das eben auch in den Reihen der Forscher bringen. Du könntest eventuell sogar Isarun treffen, wenn du dann nach Garret eingeladen wirst. Mit diesen Gedanken oder anderen, vielleicht überlebt ihr es ja auch gar nicht, treibt ihr nach unten. Als würdet ihr auf dem Rücken eines Drachen auf das nächtliche Kunjung blicken, von dem man sich erzählt. Leuchtet unter euch am Meeresgrund am Rand des gähnenden Schlundes, in den der Studel das Wasser zieht, das Heiligtum Efforts. Umgeben von unbeschreiblich schönen Unterwassergärten, wie in einem Märchenschlaf schlummerndes Schiffswrack. Qualen gleiten an euch vorüber, ihre Nesseln zucken umher, ohne euch wirklich zu berühren, aber sie empfangen euch. Dort unten auf dem bleichen Sand, vor einem riesigen Korallendom, treibt ein Meermann mit Fischschwanz und der Strömung im wallenden Bad. In seiner Hand könnt ihr einen silbernen Dreizack erkennen, den er umschließt, und mit dem Kopf blickt er in eure Richtung, als sie ihm entgegenstürmt. Es ist so, als würde die Effort gar selbst erblicken, so wie er im Buche steht. Und erst als er dann näher kommt, könnt ihr erkennen, dass er keine Augen hat. Nessa, komm da weg, komm da weg! Ist er, du, Boranski? Boah, der hat ja keine Augen! Was ist das für eine Gestalt? Aber lebt er? Bewegt er sich? Er bewegt sich leicht, sein Fischschwanz züngelt etwas umher, seine Augen mustern euch, auch wenn sie keine richtigen Augen sind, aber ihr fühlt euch ertastet, von einem uralten Blick und seine Haare wallen im Wasser. Ah, das ist nicht gut, ich glaube, er hat uns bemerkt. Dann komm da einfach weg, komm, lass den in Ruhe! Nessa, was ist, was ist, was sein ist? Weiß ich nicht, kann ich was würfeln? Was das ist? Ja. Du bist Bornländerin, ich erschwere es dir nur um sieben. Und wie war das mit der Erleichterung, was hast du gesagt, um drei? Äh, im Prinzip ja, aber die ist da schon drin. Okay, gut. Weil das ansonsten, also für Nicht-Bornländer, die würden eine Plus-15 oder so würfeln. Geschafft, wow. Du weißt, dass es nicht Effort ist, natürlich nicht, aber vielleicht ein Alvarania von ihm. Oder ein Bild, ein Wächter, den er hier zurückgelassen hat. Das muss der Wächter dieses Hauses sein, das Haus der Wachen. Aber er hat keinen Namen. Er hat keinen Namen, er hat nur eine Funktion. Er ist der Wächter. Ich bin nicht sicher. Er sieht unheimlich aus ohne die Augen, aber er ist ein Meermann. Ich denke, er bewacht das Heiligtum. Und? Ich denke, wir sollten nett fragen, ob wir das Buch holen können. Was kannst du tun? Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der sich nicht vor einem schönen Bornländerin das Herz hätte erweichen lassen. Hm, ich hoffe, er spricht eine Sprache, die ich verstehe. Während ihr näher auf ihn zukommt, ihr habt den Bleichsand bereits erreicht, steht wenige Meter dann vor den Gärten, vor dem gewaltigen Korallendom. Da könnt ihr sehen, wie einige Feuerquallen neben ihm an seinem Kopf entlangzucken und irgendeine Säure, die das Wasser um die Feuerquallen herum in eine andere Farbe taucht, die sich warnend neben ihm dann befinden. Und dann könnt ihr die Stimme noch im Kopf hören. Ihr befindet euch in großer Tiefe, Landwandler und Wogenreiter, und seht das Haus der Macht. Ihr werdet einen Dienst erfüllen und entlassen, oder bis zum Ende der Macht hier verweilen. Ähm, sehr wohl. Der Hochgeweihte schickt uns wegen dem Buch. Ihr beschreibt nichts, was mich nicht bereits seit unzähligen Gezeiten umgibt. Visionen. Das war so nicht abgemacht. Wir holen Buch und gehen. Leert ihr? Ihr hört dem auch in eurem Kopf? Ja. Wie geht das, Nessa? Ihr wollt, dass das Meer gibt, was es genommen hat, jenes Buch. Euch. Erfüllt den Dienst, den ich euch bestimme, und es soll sein. Hören wir uns doch erstmal an, was der Mann, mehr Mann von uns will. Doch, doch, doch. Vor drei Dutzend Gezeiten stieg abermals eine Arche in unermessliche Tiefen, um den Gefangenen mit ihrer Kraft zu nähren. Goldborgige Verhöhnung der Alemente. Goldmorg-Tarantel. Doch sie griff nicht an. Sie legte etwas ab, am Rand des Abgrunds. Es lauert und treibt seine Wurzeln in den Grund. Ich darf das Haus nicht verlassen. Der Bann darf nicht gebrochen werden. Doch ihr könnt es. Hm, ja, ja, ich hoffe. Aber natürlich, natürlich, ihr könnt hier nicht weg. Und sie hat irgendetwas gepflanzt, und wir müssen es kaputt machen. Das ist einfach Blumenpflückchen, ne? Naja, es ist wahrscheinlich irgendetwas Bösartiges. Große Blume. Bösartige Blume. Äh, vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht hat es auch... Naja, ihr wisst schon, nicht so wie eine Pflanze, sondern dass es sich bewegt und uns packen will oder sowas. Er deutet mit seinem Dreizack in Richtung des Abgrundes. Der unermessliche Schlund, den ihr bereits von oben gesehen hattet, als ihr nach unten getaucht seid. Was? Er liegt da ganz runter? Kein Fisch mit Verstand nähert sich dem Schlund, wenn ihm seine Gräten lieb sind. Aber ihr seid keine Fische. Daher habt ihr vielleicht weniger zu befürchten. Wir sind meine Gräten lieb. Was ist da unten? Gefährliches? Der... Der Blume, wahrscheinlich. Der Effort? Der Effort ist da unten? Es hat keinen Namen. Der große Fisch verwahrt Namen und Augen. Was für ein großer Fisch? Er hat was von einem Gefangenen gesagt. Vielleicht ist dieser Gefangene da unten? Warum stellen wir nicht einfach keine Fragen, von denen man offensichtlich nicht will, dass wir die Antwort geben? Du, ihr habt recht, wir sind unhöflich. Wir sollten einfach gehen und das machen. Hätte ich gewusst, was hier unten auf uns wartet, hätte ich das Fass oben auch noch ausgetrunken. Ich bin hier nicht getrunken genug für. Ja, boah, nicht immer so negativ. Mach keinen Schlamassen raus. Naja, ich verstehe schon, was er meint, aber... Naja... Dafür könnt ihr euch besser verteidigen, denke ich. Ja, ein bisschen tauchen ist doch immer gut. Etwas wächst dort im Bleichsand unter mir. Ich sage dir doch, Blumen. Blumen pflücken, dann geht es ganz einfach. Unter Wasserblumen? Was weiß ich, Pflanzen eigen, oder sowas. Unter Wasser wachsen. Jedenfalls. Ich kenne mir die aus mit Blumen. Ich pflücke sie nicht einmal. Wir werden versuchen, etwas dagegen zu tun. So, und jetzt kommt. Ja. Und... Es schwimmt los. In die gewissene Richtung. Sollten wir ihr hinterher gehen, oder hat sie das schon alleine im Griff? Ey, wir nehmen da hier, um zu helfen. Ich meinte, wir könnten hier oben die Stellung halten. Was gewinnen wir davon? Pass mal auf. Wenn sie es da reingeht und es da gefährlich ist, und wir nicht da sind, um ihr zu helfen, und sie da dran und verreckt, dann müssen wir da trotzdem auch rein. Ach, da. Ja, du hast recht. Oh, ich hausse es, wenn du recht hast. Deswegen verdiene ich hier das große Geld. Komm. Du kriegst mir Batzen? Du kriegst ja gleiche Batzen wie wir. Es geht ums Prinzip. Was? Was Prinzip? Komm einfach. Gut. Vielleicht schwimmt er ja. So schwimmt ihr. Unter euch könnt ihr den bleichen Sand entdecken. Er ist anders. Ihr wisst nicht genau, ob die Farbe hier fehlt, oder ob dieser Sand nicht gelb ist, sondern er hat keine Farbe. Er ist nicht einmal weiß. Er hat einfach keine Farbe. Und je näher ihr diesem Abgrund, dem Rande der Verdammnis kommt, desto lauter wird er. Hier gibt es wenig Geräusche, aber umso lauter töntet der Strudel. Kreischend stürzt er sich hinab in die Tiefe, die euch unergründlich bleibt, mit ewiger Dunkelheit, die dort lauert, unten nach, die selbst den Mahlstrom verschluckt, sodass ihr nicht mal eine Ahnung habt, wo er endet. Vielleicht endet sie nicht einmal hier, auf Aventurien, auf Dehre. Vielleicht endet dieser Abgrund in den Niederhöllen. Der klaffende Spalt im Meeresboden könnte mühelos eine große Galere verschlucken und so lässt er euch klein und unbedeutender scheinen. Vor Urzeiten haben hier Götter gerungen, die ihre unheilvolle Finsternis in ihr blickt. Das ist der düstere Zeuge an des Kampfes, der noch nicht entschieden ist. So kommt ihr näher und näher und das Ziehen der Schlucht wird stärker. Äh, Nessa, ihr glaubst, glaubst du gut, die da runtertauchen? Ähm, ich weiß gar nicht, also ich hoffe sehr, dass wir das nicht müssen. Er hat doch irgendwas gesagt, dass dieses Ding im Bleichsand wächst und ich glaube, wir müssen wohl nicht lange raten, was er damit gemeint hat. Na hier, guckst du, Bodden. Ja. Hör dir die Sonsok? Der wird immer stärker. Desto tiefer wir gehen, kommen wir hier überhaupt wieder hoch? Dann geht vielleicht nicht näher ran. Vielleicht, vielleicht werden wir uns dicht am Boden halten. Dieser Sand sieht zwar auch unfreundlich aus, aber wir sollten schauen, ob hier etwas wächst, was hier nicht sein sollte. Ich meine, es wächst nicht sehr viel hier, also prinzipiell ist alles, was hier wächst, verdächtig. Warum stochern wir nicht in wenig im Sand und schauen, was wir finden? Vorsichtig, versteht sich. Soll ich? Ich habe einen Speer. Du mach das und wir decken dich. Ich glaube, ich habe meine Armbrust dabei, aber ich glaube nicht, dass die unter Wasser funktioniert. Könnte sie wie eine Harpune versuchen zu benutzen, aber... Ja, dann werde ich irgendwie mit einem Messer oder so. Du weißt schon, dieses lange Ganoven-Messer irgendwie hinter ihm stehen. Schwimmen, hängen, wie auch immer. Würfel mir eine Sinneschärfeprobe. So ein Speer und sticht in den Boot. Sinneschärfeprobe. Sehen wir uns das an. Das, was alle... Ja, klar, alle. Das, was alle Helden können und brauchen. Sinneschärfeprobe. Ich habe... Ich glaube, drei Punkte über. Jedenfalls geschafft. Fünf Punkte von Nessa. Ihr stecht in den Bleichsand. Je wenig Widerstand hier drunter scheint nichts älter aus Sand zu sein. Doch dann kann Nessa vor sich einige Hölzer entdecken, Ranken, die dir ungesund aussehen. Auch sie besitzen keine Farbe, aber sie sehen gleichzeitig tot und lebendig aus. Sie sind einfach chaotisch und gehören nicht hierher. Wuchern da ran. Seht ihr das da vorne? Ich glaube, ich glaube, das könnte es sein. Was meint ihr? Naja, es sieht genauso falsch und böse aus wie der Boden, aber da, hinten. Lass es hinschwimmen. Irgendwie Hölzern. Aber seht lieber vorsichtig. Ich glaube, es ist was Dämonisches. Also, haltet Abstand. Ich habe nicht voranfassen. Du glaubst oder du weißt. Keine Sorge, ich fasse das an. Nein, 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 nein. Mein großer Held hätte das genauso gemacht. Nein, nein, nein. Nichts anfassen. Bleibt erstmal da, bis wir einen Plan haben. Ich bin mir sicher, Helden werden überhaupt nur große Helden, weil sie schlau genug sind, um nicht einfach irgendwelche komischen Sachen anzufassen, die dämonisch sein könnten. Hier, hier, hier. Ja, man immer alles anfassen. In großer Heldengeschichte. Ich habe gehört, alles anfassen. So ist es. Das ist ein wichtig für bornländischen Held. Man wird großer Held, wie man alles ohne nachzudenken anfasst. Ja. Du weißt doch, jedes bornländisches Kind. Also, wenn ihr es unbedingt anfassen wollt, dann werde ich euch nicht daran hindern, aber ich wollte erwähnen, dass ich, wenn es was Dämonisches ist, uns vielleicht ein Schild machen kann. Ey, du, du bist doch so, so Fingerweh, mit leisem Magier. Kannst du nicht gucken? Ob magisch? Ob dämonisch? Bitte, willst du einen Holzschild bauen? Ja, doch, kann ich, wenn ihr mögt. Aber wir müssen noch ein wenig näher heran. Ja, wie sie kann man noch. So, das reicht noch. das reicht noch. hier auf das Zentrum und so schwimmt. Ihr könnt tatsächlich erkennen, dass die Ranken dicker und dicker werden und in der Mitte sich wohl ein goldenes Ei befindet. Je näher die, diese, es sieht fast aus wie Beine, wie zockende Beine einer gewaltigen Spinne. desto näher es am Zentrum kommt, desto güldener wird es. Und insgesamt könnt ihr acht Beine zählen. Ein Keimling, der sich dort in den Sand eingegraben hat. Ich glaube, es hat sein Junges hier gelassen. Nesser, guck, guck, wir brauchen ja Gold. Das ist aber ziemlich gut, dafür, dass es ein Junges ist. Aber das bewegt sich. Wir sind reich. Nein, wir bewegen das Gold ist nicht gut. Gold ist immer gut. Egal, bewegen und nicht bewegen. Das ist aber kein echtes Gold. Guck, guck, du Gold. Glaubst mir, ich weiß es nicht. Alles, was wie Gold aussieht, ist doch welches. Passt auf, ich mache ein Schild. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich versuche es. Und dann gehen wir näher ran und wir machen es tot. Und wenn ihr dann das Gold mitnehmen wollt, dann könnt ihr das tun, meinetwegen. Wie machen wir es dort? Ja. Wir können einfach drauf einstechen und da? Frage uns auf, bewegt es sich? Wenig, die Beine zucken, ein bisschen leicht spielerisch umher. Also, es scheint wohl zu leben, aber das Zentrum selbst ist ein großes Ei. Du würdest sagen, so groß wie ein Mensch, zwei Meter groß, unförmig. Und von ihm gehen eben diese Beine oder Arme aus. Ich habe noch nichts getroffen, was ich nicht mit meinem bloßen Händen tot mögen könnte. Oh, Piotr, so viel Gold. Du müsstest einfach nur diese seltsamen dämonischen Ranken abschneiden und dann könntest du diesen Goldball verkaufen. Ein Palast in Garret kann man davon bekommen. Er hat nur gesagt, dass wir es rausnehmen sollen. Ich glaube, wir behalten, da? Alles meins. Na gut, bevor ihr etwas Dummes tut. Und deshalb lässt sich Zeit und probiert einen Guardian gegen Dämonen. Das ist die drei Erschwernis, also eine Einzeler Erleichterung. Was heißt du von der Abmachung? Wenn es nicht versucht, uns aufzufressen, können wir darüber nachdenken, ob wir es behalten wollen? Wie müssen wir das nicht gegen das Buch tauschen? Er hat nicht gesagt, dass er es haben will. Die würde weg. Oh, nun. Lässer wirbelt, also, naja, wahrscheinlich eher dreht ihren Zauberstab über den Kopf, denn wir sind ja unter Wasser und das ist alles etwas langsamer und es sieht dann zufrieden aus. Und jetzt holen wir Gold. Deine Nase, fängt an zum Bluten, Nessa. Du hast ihn gesprochen wie immer und du weißt, dass es geklappt hat, aber dir strömt die astrale Kraft aus deiner Nase heraus. Zieh dir die doppelten ASP ab. Das Ei wird größer. Das ist nicht gut, aber vielleicht ist es dieses Ding. Ist Gold? Versucht, halt versucht, bei mir zu bleiben. Drei Schritte. In dieser Richtung, ein Kreis um mich herum. Eins der Beine bewegt sich langsam. Ja, seht mal. Es kommt auf euch zu. Liebevoll. Dann kannst du spüren, wie sich eins der merkwürdigen Ranken um den Guardian umlegt und dich liebevoll runterzieht. Es blitzt ein bisschen. Die dämonische Energie wird abgefangen, aber es spielt damit. so tut doch irgendetwas. Ihr habt gesagt, ihr könnt es abstechen, also tut das. Doch, doch, los. Doch, ich helfe dir. Pass auf, heute meint. Bordnerf ist zustelle. Schau mal, ob du das goldene Ding losgeschnitten kriegst. Ah, gut, gut, je. Gold. Ich ziehe mal in Deutschland schon auf diesen Tentakel zum Gold, der gut schimmert. Ich folge ihm tatsächlich. Also, das Ei in der Mitte zu hören. Anführungszeichen, Anführungszeichen. Wie auf den Tentakel ist es am nächsten oder vermutlich morgen. Der Tentakel hat den Guardianum umgeben. Der Partner, keine Ahnung. Okay, dann, du kannst es versuchen abzutrennen und kannst du sicherlich auch gut in die Tasche stecken. Das Bein hat einen Lebenspunkte 10, Rüstungsschutz 4. Das ist gar nicht so viel. Aber, was hast du für eine Waffe? Ich habe ein schweren Dolch in der Hand. Ja, das ist eine Stichwaffe, ja. Ein Dolch. Ja. Dolch machen normalen Schaden. Genau. Ich kann abziehen in der Wasserkampf, insofern. Na, selbstverständlich. Nein, unter Wasser kommt das keine Abzüge. Warum nicht? Wenn du mit Dolch führst, steht so drinnen in der Regel. Achso, na gut. Trotzdem hat das Ding eine Resistenz gegen profane Waffen. Also, wirf erst mal an den Angriff. Ja, genau. Okay, ich mache jetzt einen Angriff. Keine Wucht oder sowas dabei. Das ist getroffen. Dann kannst du den Schaden machen. Dann schauen wir mal, wie viele Schadenspunkte du an diesem Bein verursachst. Sagenhaft 7. Die werden halbiert, weil es eine Resistenz gegen profane Waffen hat. Dein Dolch ist nicht magisch und nicht geweiht. Also werden aus den 7 werden 4. Dann hat es einen Rüstungsschutz von 4. Du machst keinen Schaden. Aber wir haben den Rüstungsschutz immer vor der Halbierung abgezogen. Nein, weil die Rüstung auch dämonisch ist. Aber definitiv nicht bei Resistenz. Die Rüstung ist auch dämonisch. Deswegen wird die Resistenz der profanen Waffen erst abgezogen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob es an der Rüstung liegt oder nicht. Es ist ja ein natürlicher Rüstungsschutz. Im Prinzip kann man auch unter Wasser Wucht schlagen. Ja, warum nicht würde ich erlauben? Also Wucht stechen dann. Ja genau. Weil ich frage, ich glaube, ich glaube, nach WDS geht es nicht, aber ich lasse es einfach mal zu. Ja, aber das war der erste Angriff von Piotr. Was wollen die anderen in der ersten Kampfhunde tun? Ich möchte mich aus dem Kardianum entfernen. Okay. Und da, wo ich eigentlich dachte, dass Braut hier hingehen würde, aber gut, lass ihn tun, was er tun will. Mich zudem, um es auf das Zentrum dieses Gebildes zu bewegen. Schwimmprobe. Da noch eine Frage an Bornjiv. Was möchtest du tun? Bornjiv möchte sich diesen Tentakel packen und versuchen mit Shira-Kraft aus diesem goldenen Körper zu reißen. Schwimmprobe ist nicht gelungen. Ja, aber ich sehe es. Du bist vom Strudel ergriffen, na. Das Rauschen, das Kreischen. Kann ich am Tentakel festhalten? Du kannst dich am Tentakel festhalten, aber erst einmal versuchst du in Richtung dieses Eis zu kommen, dich aus dem Guardianum zu entfernen und irgendein Wirbel unter Wasser hat dich gegriffen. Du merkst, wie du dich weiterentfernst, wie du nicht mehr wirklich schwimmen musst, sondern auf dieses Ei davon treibst, aufs Zoo gleichzeitig alles und dann von ihm weg. Auf den großen Spalt zu. Auf den riesigen Riss. Und dann ist da nur noch dieser Arm, dieser dämonische Arm, der dir entgegengestreckt wird und du klammerst dich an ihm fest. Bonjev, was wolltest du tun? Entschuldigung? Bonjev greift aus den Guardianum heraus und packt sich mit beiden Armen und will zumindest diesen Tentakel packen und seine ganze Kraft dahinter setzen, um diesen aus diesem goldenen Körper hinaus zu reißen. Raufen würde ich sagen. Raufen kann ich dir anbieten, genauso wie Ringen. Ich würfel mal Raufen. Ringen kannst du auch machen, also ok. Wenn du hohen Körperkraft würde das ja die Tpkk ein. Ja, und zusätzlich zur Körperkraft, die ich so habe, möchte ich einen Vorteil einsetzen, und zwar Kraftschub. Da muss ich eine Probe drauf würfeln. Machst du jetzt hier Grafim, oder wie? Körperkraft. Ja, leider nicht allzu gut geworfen, aber dennoch sind das drei Punkte, die ich über habe, und die auf meine Körperkraft mit drauf kommen. Und damit habe ich eine Körperkraft. Damit habe ich eine Körperkraft von 19. Weißt du was, dann mit dem Crit gebe ich dir die ganzen 19 und dann reißt du, ich gebe das als TP, wir ziehen den Rüstungschutz von 4 ab und reißt das Bein aus. Du stellst, schwingst deinen Körper aus dem Gang und irgendwie mit der anderen so kleine Wurzeln oder sowas mit der du dich unterhackst an deinen Füßen dann ziehst du und ziehst und die Max wie über dir noch Pjotra mit seinem kleinen Dolch hineinsticht und dann gibt es einen Rock und ein Ekel auf das Kreischen von einem goldenen Ei und du hast den riesigen Ast in der Hand Nessa was willst du tot